ARD Text im Auftrag von Funk Hallo und herzlich Willkommen 5.143 Ich habe jetzt hier meine Kopf rein gelegt weil wir sonst den Ton nicht richtig anstellen können Muss sich ja jeder erschrecken können Der Ton könnte ein bisschen leise sein Für unsere Stimme nicht Hallo, hallo Für die heutige Übung werden wir weiterentwickeln über die Techniken Wir haben leider nicht wirklich was er sagt Aber das ist eigentlich nicht so schön Also nach 3 war das letzte Pläne Es geht immer darum den zu finden Den in einer Stimme zu nehmen Und ich gucke euch da Ah Riff Möchte ich die Übertragung ansehen Da ist er Hallo 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 好了 Bei mir war eine Oh Warte, 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 Was Keine Haht um kein neun-Kann-Neun-itar-Einzeige Oh Shit Dieses Geräusch das kenn ich Es ist wenn da hinten einer läuft durante country Schuhe? Ja Dieses Schuuu Kamel, wie immer, schau mal zu schreien und schau mal zu schreien und schreit auch mal zu schreien Woll scheiße Komm schon ich bleib dir das ansehen Doppel Error Gut, es flackert nicht mehr weil immer wenns flackert bewegt er sich Da hab ich immer das Gefühl er überspringt immer so viel Fälle Und dann, dann weißt du wenn ich die Der Existiert doppelt Was war denn das gerade? Hatte ich auch schon mal Da waren da 8 und 9 gleichzeitig Starten sie jetzt das Ding Hä Ach weißt du woran das liegt Wenn der hier in die Kamera guckt Dann steht der da hinten Weil da hinten die Kamera ist Dann steht der hier und guckt da hin Und dann siehst du den hier auch Das heißt der Existiert nur einmal Das ist nie Schon verstanden Wo ist der hin? Wo ist der? Wo ist der hin der Sack? Ich glaube Der Ton ist echt Behindert Ich check gerade überhaupt nichts mehr Wo ist der hin? Ja ich wollte gerade sagen Oder im Video Das heißt wir sehen überhaupt nichts Das Problem ist ich höre schlecht Das heißt wenn er in der Ventilation rumläuft Dann höre ich das nicht Hallo sind wir jetzt noch mal Ein Schatz Das sind keine Ventilation Das heißt der ist hier irgendwo Es gilt jetzt niemanden zu finden Du siehst den und dann geht es auf einmal der Ton Ja er darfst du Er darfst du Er darfst du Er darfst du Hi Jo wahrscheinlich Ist nicht einer verliebt Hier ist die Chance Jetzt läuft er wetten Achtung Hi Er soll ihn so lange Ja Schafft Man soll ihn auch so lange angucken bis er weg geht Das funktioniert nicht Doch Dann geht das Bild immer irgendwann dunkler und dann jumpsticket er dich Echt? Das hat der Market Player immer gedacht Der stand hier um die Ecke dann hat er den ewig angeklotzt und dann wurde das Bild irgendwann dunkel Ja Willst du dich jetzt mal verpissen Hi Meine Fresse Alter Der hat ja auch no Hobbies der Kai Oh ein bisschen Ganz bisschen Aber bisschen Oh ich hab Audio error Das ist überhaupt nicht gut Wahrscheinlich läuft er hier gleich so руm Library Macht er and down So es restartet wird Jetzt steht er wer hinten hier Hey Hallo 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 Nee, Video einfach. Kamera-App. Was ist das hier überhaupt? LOL, das ist der Cake. Oh, da kommen wir da unten weg. Das Bild gab's als... ...Vorschau. Hi. Du bleibst da. Du bleibst da. Du verschwindest nicht. Und jetzt gehst du. Ich muss den ja irgendwie wegkriegen. Weil der gammelt immer... ...Von... ...Hausraum? Nicht gut. Mach die Kamera zu. Mach das zu! Weil dieser Sau in der mich hat. Ja, der steht. Hallo? Hallo? Oh, bis jetzt kommen wir... Es ist fünf Uhr? Ja, es ist dritte Nacht, ehrlich. Ich kenn mich aus. Wir haben die dritte Nacht so oft nie geschafft. So, so deprimierend. Ja, ich hab von so. Hä? Jetzt schon wieder. Jungen, weil das hier auch um ist. Zack dir da hoch. Oh, 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 oh. Jetzt provoziert er. Hi. Ja, wir haben's eh geschafft. Hey, we did it. We did it. We did it. Oh, jetzt dürfen wir wieder... ...Mini-Spiel spielen mit der ASD. Oh, ja. Oh, ja. Chica-Time. Du, 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 du. Das ist der Purple-Guy. Purple-Guy. Und das Geile ist, die Marionette... Das ist meine Theorie jetzt. Die Marionette war jemals, war immer seine, weil... Im zweiten Teil siehst du, wie du von der Marionette gelenkt wirst. Also die Marionette kommt und dann sagt die Follow me. Und dann musst du der Marionette folgen. Oder du folgst sie halt automatisch. Und dann kommt er. Dr. Purple. Und dann... Warte Nacht klicken. Nach Nacht, ja. Klingeling. 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 Hallo. Hallo, hallo. Äh... Es gab eine kleine Veränderung der Firma-Policy, über die Infrastruktur. Ähm... Nein. Warte, wir wohnen jetzt irgendwie jetzt im Boot. Einmal. Zwei Mal. Warte, jetzt müsste ich hier sein. Da guck, jetzt müsste man denn doch hier sehen. Es trägt immer Audio-Russ-Daten, weil sonst kackt das immer ab. Aber da kommt der Video. Piep, piep. Jetzt kommt da schon wieder so ein Freddy-Wedding. Das hört man einfach, da kommt der Sound. Das ist Freddy. Ja, ja. Alter, wie fett der auch ist. Hä? Wow! Alter, unsere Error. Ich war immer das Kind. Ich glaube, jetzt habe ich gekackt. Jetzt habe ich nämlich alles restarted. Jetzt habe ich reboot all. Das dauert am längsten. Das ist zwar alles rebooted, aber dann kackt das übel ab. Dann dauert das ewig und dann... Ah, ne noch mehr. Ja gut, hast du gesagt. Guck mal da hinten, ja. Oh, da bewegt er sich nicht. Oh. Kannste vergessen. Dirt Face. Das ist geil, das... Siehst du dieses Liden hier? Mhm. Das ist das Gesicht von dem. Das ist eigentlich nur eine Maske. Das ist ja der Purple Guy. Aber an sich sieht das voll krass aus. Und weg ist er. Jetzt ist er wieder da. Hallo. Fiep, Fiep. Ich freue mich morgen aufs Theater, Junge. Voll gecheckt. Das fühlt sich an wie so... Das ist ein Opfer. Das ist ein Opfer. Beim ersten Mal bin ich da voll aufgegangen, ja. Beim ersten Mal war echt schlimm. Erstmal Ventilation, weil die ist wichtiger. Und jetzt kommt der so schnell zu mir dann. Nein, 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 nein. Ah scheiße, ich komme morgen später in die Schule. Ich muss früh zum Arzt. Ich weiß. Oh. Jetzt geht es wieder los, Achtung. Jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir ein echtes Problem, wahr. Jetzt ist er nämlich hier. Und das ist unser Problem. Hi. Och, geh da hin. Geh doch einfach weg von mir. Ja, jetzt haben wir es verkackt. Jetzt können wir hier nichts mehr machen, denke ich. Außer, mir fällt noch eben ein Trick rein. Und ich den vielleicht... Hi. ...schmeiß. Das jetzt funktioniert. Irgendwie ja nicht, ne. Weil ich mir gedacht hab, die Vents sind noch damit verbunden. Oder vielleicht irgendwo abgammeln oder so. Der hört nicht mehr auf mich. Ja, weil irgendwie sie weg war. Ich checke halt ordentlich zu mir. Das ist mir jetzt. 4 Uhr. Klar, noch ein Ventilation Error dazu. Nein, ich glaube jetzt sind wir verkackt. Wow. Wow. Irgendwie macht das Spiel schon langsam keinen Spaß mehr. Ich glaube, ich setze jetzt mal irgendeine Kopfhörer auf. Oh, warte mal. Ich hab grad auf... Oh, warte mal. Ich muss mal das Surround wieder anmachen. So. Dann werd ich erschreckt hier. Ich hör's ja größtenteils so nicht. Ja, wenn Jumpscare kommt schon noch. Ja, irgendwie ist das Spiel... Das ist halt nur so storymäßig, glaube ich. Das ist halt... Das ist wie so ne abgeschwächte Kinderversion. Oder ist das halt ne Kinderversion, die von Originalen abgeschwächt wurde. Ähhh... Hallo. Hallo. Das Witzige ist, es gibt so ein Circle-Dreieck, wo man den langen laufen lassen kann. Das Geil ist das Circle. Ich lass den immer oben hier so kreismäßig. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, immer so. Ah, verarscht. Ha, ha, ha. Das hab ich gestern gemeint. Wenn man dann die Kamera zuschnittsumacht. Was willst du, Bitch? Oh, jetzt wieder der... Wow. Aaaaah! schneller restarten restarten schnell 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 komm man wird hier so kannst du vergessen spielen na guck schon wieder ja nicht wirklich jetzt einfach Balloonboy 2 mal kommt aber es passiert einfach nix wie hässlich die denn aussehen Balloonboy 2 hahaha ich verarsche die jetzt immer wieder das ist geil ich mach die Kamera wieder auf äh ok kein Balloonboy hi das ist ein Bug ne vor allem Balloonboy kommt der dann nochmal und dann wieder ich hörne mal jetzt kommt der nochmal weg mal hi nein scheiße egal passt schon ne problemo boah ne problemo boah das zieht ja jetzt ist mein Wurscht äh ich bin gerade echt down was ist 3 Uhr hi wie 3 Uhr achso äh richtig gut jetzt kommt wieder dieses komische Gas Geräusch ey wenn da irgendwie so Gas ausströmen oder was da ist ich weiß es nicht ich glaub wir zocken einmal den zweiten Teil oder ja den zweiten Teil find ich geil äh wo sie ja ist ah der ist gejumpscared hi mhm vor allem erschrecke ich mir das Geräusch geht mir lassen müssen ich freu mich dann schon wenn die wenn sie die äh Files releasen so richtig chillig an dem Spiel der ist mein da bin ich bis jetzt immer wach ohohoh jung zus Hä kommen jung mal als hä ach komm ein wie hö ole u du weißt immer wann sie kommen na aber dann kommt der letzte dann kommt der 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 keine hallusination da bin ich immer hallo 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 ich finde das system jetzt ja nicht ziemlich witzig dass sie halt so dass jetzt nicht in die monitore anders naja da hat sich der scott parthen earth of figure auf gedacht das problem ist du könntest das stundenlang so machen den die ganze zeit zwischen diesen zwei orten hin und her zu schicken dann geht er dahin dann geht es wieder zurück genau aber dann kommen die viecher dann musst du ventilation starten weil sonst bewegt er sich zu schnell und dann bist du gefickt wenn du es nicht schnell genug schaffst ich höre schon wieder wetmer jetzt von freddy woher wusste ich das nur woher läuft da sind alle satt mit krachstock und das mikro da und das ist ja das ist ja von anfang anschluss gewesen oh jetzt wissen wir nicht mal wenn er uns zum scannen will das ist nämlich der witz an der sache der läuft ein wieder durch und geht dann nach unten dank scharmskater dich oder er läuft einfach durch und dann passiert gar nicht HALT'S MAUL was hat das eigentlich zu tun vom zweck der alarm wenn das zu lang dauert dann blinkt das immer und macht piep piep was zu lang dauert wenn du es ewig nicht fühlst da ist die ventilation kommt der markt da ja ne der hat es ja angefangen zu spielen dann kommt der balloonball scharmskater jetzt kommt der freddy schon wieder äh und dann sagt er nur so HAH 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 programmes hurt fredakt in have boah hoah hoah hie fond gn opp !! hm THIR oder ha wir machen uns im auto, aber jetzt müssen wir uns beeilen komm schon move bitch geht ab, my way jetzt verpisst dich endlich geh dahin und puff guck, da sind Organe ich glaub, der will nicht ich hab Angst ja, jetzt ist er weg so, jetzt müssen wir uns beeilen, komm schon lad, 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 da ist er jetzt seh ich ihn und jetzt gehst du dahin komm, fick dich schwer au ja, komm mal echt so, ey ja, genau nein, wie immer verschwindet das ist mit der Oberhammer fuck, nice hi oh, er ist weg das ist jetzt natürlich extrem scheiße ich muss ihn finden oh oh oh, da stehen wir vorher erst da schon durch hi nein ja, komm ja, komm und, und, und jetzt haben wir verkackt hm? ja, doch haben wir aber dann wird das Bild nämlich dunkler und dann bewegt er sich schneller ah oh Gott, wo? hier schließen, schließen, schließen hinter der Base alter jetzt ist er hier pass auf, jetzt kann ich da nicht schicken ich habe keinen bock auf so eine scheiße da bist ich es bringt ja eigentlich ist das stört ein bild also die stresst ein übel aber das kopf zu lang kommt er nicht weil er zu weit weg ist ja wir haben es geschafft ok sollte ich nicht sagen weil der markt war ja das amerikanische der hat es gezockt und war kurz vor fünf uhr dann stand er dann hat er den ewig angeglotzt und kurz vor fünf also kurz vor sechs oder alles vorbei wurde er doch noch gejumpscared jetzt muss ich halt nur diese dreck so hier irgendwo da ist nein niemals 22 minuten ich schnurze nach den parten jetzt darf ich wieder das geld ist die gut neid ist schwer nicht dass die gut neid dauert halbigen guten gut gut ending und leid mehr wenn ich mir sind die sechste nach den fünf schaffst du kannst du dann spät die jumpscares kannst du dann jumpscares anschauen wir müssen eben folgen Das gibt nichts anderes. Vor allem die ganzen Minispiele, wo es da gibt, ist lustig. Halt jetzt die, die anderen. Das ist einfach alles verschlossen. Halt die App, wo du brauchst, um die Good Night zu bekommen. Die ist lustig. Der Purple Guy ist so ein Assi. Ist so ein... Assi-Kantz! 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 Jetzt werde ich wieder angerufen. Fack mir irgendwas nützvolles, du Arsch. Hallo, hallo! Irgend der Sprecher ist der Entwickler selber. Der Sprecher ist der Entwickler selber. Bisschen drillen über den Safe Room. Bisschen drillen über den Safe Room. Bisschen drillen über den Olde machen müssen. Da steht einfach so schlecht. Kannst du Amerikan oder Engelern nicht, aber trotzdem kommt die Olde eher raus. Dann kommt die Olde eher raus und schneller. Oh! Oh! Ich glaub, wenn wir... Ich mach jetzt doch diese eine Nacht hier, wenn wir die verkacken oder gebilden müssen. Oh, oh! Oh, oh! Nicht gut. Überhaupt nicht gut. Ich höre dieses Geräusch wieder, wenn der Freddy vorbeiläuft oder wenn irgendeine Halluzination auftaucht. Aber hier ist keiner. Ich werde meistens Balloon Boy. Woher ich das weiß? Keine Ahnung. Hi! Das sind diese kurzen Schockmomente, da bewegst du dich drinnen. Hallo! Ja! Ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Denkst du dir einfach nur an Heizen? BAM! Jumpscare. Ja gut, da hast DU gesagt. Ja gut, da hab ich gesagt. Ne, weiß nicht. So. Ich würde sagen. Fehlen fürs Zuschauen. Die Bitches. Die Leute verziehen uns jetzt. Wir zucken jetzt den zweiten Teil, einfach aus Spaß. Und er sagt, Kopfbewegung. Sonst bewegt er seinen Kopf immer. Weil er voll abgefuckt ist. Also bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.